Einen wunderschönen guten hallo meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Crash Katzen zusammen mit Miri und Baloui. Hallo, für Miri. Nein. Äh, nein. Ich? Nein. Ja, aber. Nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Das ist ein schönes Lied. Nein, nein. Das gefällt mir. Wie heißt es, das Nein-Sage-Lied? Das Nein-Sage-Lied? Nein-Nein-Lied. Nein-Nein-Lied, okay. Das heißt Nein, 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 nein. Sei doch einfach mal nicht so gemein. Nein, 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 nein. Oh Mann. Leute, wir haben es schon versucht, es ist nicht behandelbar. Ja. Ist gerade Tag oder Nacht in der Overworld? Nacht. Nein. Doch. Nein, 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 nein. 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 Aber wenn du gerade sowieso nach oben kommen möchtest, die nächste Zeit, dann kannst du was mitbringen. Was kann ich mitbringen? Ähm, Glowstone Dust. Haben wir das noch? Ja. Müssen wir haben. Oder muss ich das jetzt farm gehen? Wir wohnen im Neta. Ich hoffe, wir haben das. Nein, nein. Ja, eins. Wow. Echt? Reicht dir ein? Nein. Ein Häufchen? Eher so, eher so vier Stacks bräuchten. Wir haben kein Glowstone. Was zum Geier. Ein Häufchen haben wir. Ja. Dann geh ich mal welchen holen. Habe ich noch genug im, naja, Chatpack? Nicht so wirklich. Das blöde ist, das Zeug schwebt ja in der Luft. Das kann man so schlecht farmen. Und das ist immer nur in so kleinen, kleinen Teilchen. Ja, das ist wirklich ärgerlich manchmal. Wieso haben wir kein Glowstone? Weil das kompliziert zu besorgen ist. Es ist kompliziert. Ich hasse diese Fackel so sehr. Nein, Blaze, nein. Nein, nein. Blaze, nein, nein heißt das. Blaze, nein, nein. Er geht einfach. Er ist einfach gegangen. Ich glaube, er ist kaputt. Okay. Ich werde mich nicht beschweren. So, das musste locker reichen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was brauchen wir? Wir brauchen vier Rude Marble. Oh, Riser, go, go. Das bedeutet, erstmal sollten wir alles an Marble... Habe ich das gerade richtig gesehen, dass die Dimension hier auch nicht... Doch, die läuft doch eigentlich, auch wenn wir nicht in der Nähe sind, oder? Die Dimensionen werden nur laufen, solange der Dimensionsblock davon geladen ist. Ja, ja. Okay. Okay. Äh, ne, alles gut, alles gut. Ich hoffe, er hat mich anguckt. Also, wir brauchen 49 Soti Marble. 1, 2, 3. Das hier sind 49 Soti Marble. Den anderen Teil können wir theoretisch da in die Kiste schmeißen. Den brauchen wir nicht mehr. Ähm, wir brauchen 40 Marble Bricks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich eigentlich wirklich einen Secondary Output bei manchen von den Pulverized Erzen? Wir brauchen... ...Dia Rune Marble. Katze, ist das so? Haben die einen Secondary Output wie... ...die... ...manche... ...Gepulverized Erze? Ja, ne? Ja, klar. Iron zum Beispiel Ferris. Ferris zum Beispiel Eisen. Oh ne, Ferris hat glaub, äh, äh, Platinum sogar. In manchen Situationen. Dann brauchen wir noch 12 normale Marble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die machen wir einen 10, F, 12. So. Äh, Marble Pillars brauchen wir 8 Stück. Wieviel Glowstone soll ich dir mitbringen? Wenn du mir wirklich einfach irgendwie, keine Ahnung... Den hat Iron drin. 1, 2 Stacks hast, ist das super. Okay. Also das sollte schon reichen theoretisch. Ähm, Chiseled Marble brauchen wir 4 Stück. Awesome ist denn das hier. Das ist einfach geil. Leute, das funktioniert. Ja, nice. Wenn etwas funktioniert, ist das immer gut. So, wir brauchen erst einmal 5 Marble Bricks. Deutet das hier weg. Was nicht ganz funktioniert, ist die... ...die Gravelnach... ...der Gravelnachschub, der ist zu langsam. ...die echt noch einen Hamrock kaufen. Bauen. Blahm. Dann bauen wir ein normales Marble daneben. Wartet, wir gucken mal, ob wir Gravel irgendwie anders herstellen können. Das ist mir irgendwie zu ätzend hier. Gravel. Ich hätte gerne Gravel. Ich hätte gerne Gravel als... ...Sludge Refinder. Nein, nein. Äh. So, hier meines Wissens auch. Material Stonework Factory. Macht aus Cobblestone, Gravel. Okay. Miniature Stonework Factory. Ja. Interessant. Aber ich lange nicht mehr gehört, das Ding. Und das andere doch immer ein Crusher. Crusher kann aus Cobblestone, Gravel machen. Warum hab ich denn gar nicht mehr gehört? Der ist langsam, ne? Den kann man ja nicht wirklich schneller machen. Ja, den kannst du nicht aufsetzen, so. Ja, das heißt... Ja, und was ist mit der Material Stonework Factory? Die ist auch nicht schneller, oder? Äh, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kann das Ding nicht. Wir schauen uns die mal an. Einmal was Spaß an der Freude. Weil ich's wissen will. Ansonsten hau ich hier einfach noch ein Hammer hin, wenn das nicht hilft. Ich mein, wenn jetzt mittlerweile ein Spotloader da ist und das offline durchläuft, theoretisch... Ja, ich fall jetzt aber noch meistens runter, wenn wir... Ach so. Okay, das kann jetzt nicht sein. Warum sind die da drin? Warum hab ich da zwei drinnen gesetzt? Was sind denn deine Koordinaten-Katze? Wo muss ich hin? Da! Da draufklicken und der 2-Point hinzufügen, dann kommst du da hin. Ach so. Wo ich bin. Nein, nein, ich brauch Pink Slime. Nein, nein! Nein! Ja, aber die Material Stonewall Factory ist einfach ein Comstone Generator. Ist das von Ender.io? Nein. Ich kenne das Ding nur von Ender.io mit dem Namen. Das ist von Industrial Forgoing. Okay. Faszinierend. Das ist halt ein Comstone Generator, der... Ja, der kann halt direkt auch Gervil herstellen. Das ist aber nicht das, was ich will. Heurio! Ich bin mal Mary. Ich bin mal Mary. Hallo! 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 Ich bin übrigens in der Luft, Meri, ne? Da oben? Ja. Hatte fliegt und wiegt. Natürlich habe ich noch mal eins versetzt. Da. Hallo, Meri. Dankeschön. Das muss man so bauen. Aber Dankeschön. Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht. Das muss man so bauen. Danke schön. Da ist hilfreich. Viel Spaß damit. Danke schön. So, der hat auch ein bisschen Astral-Power. Und wenn ich mich nicht täusche, müssten wir jetzt theoretisch das Ding hier bauen können. Auf Wiedersehen. Dankeschön, tschüss. Wir haben eine Chance, nehmen wir da. Aber das wollen wir Gold. Danke, was haben wir denn? Aber das Gute ist, jetzt kann ich theoretisch einfach Golderz holen. Und dann können wir das hier oben brennen. Das ist schon mal sehr gut. Ähm. Würde ich sagen, mach mal das kurz. Ich brenne. Oh nein. Da musst du dich löschen. Ich hasse die Fackeln. So sehr. Das ist auch echt eine blöde Mod. Also die Mod ist wirklich dämlich. Ich finde das witzig. Ich glaube, ich mag sie auf Society. Das ist kacke. Das kommt auf Society. How to fuck your players up. Das mit dem Items aufheben fände ich gut in Society. Ja, aber das ist sowieso, das haben wir ja schon mal gesagt, dass das vor einiger Zeit, dass das die Leute cool gefunden hätten. Bestimmt. Ich glaube auch nicht, dass das eine schlechte Mod ist. Ja. Weil dann sammelst du den ganzen Scheiß nicht mehr extra ein. Äh, aus Versehen ein. Und das ist irgendwie realistischer, wenn du alles von Hand einsammelst, weil normalerweise musst du das ja auch von Hand einsammeln. Das erzeugt halt auch jede Menge Books. Was für Books? Okay, das funktioniert. Wir waren an der Songwork Factory. Kalle hat so ein Pink Slime für mich? Nein. Was Pink Slime für mich? Dann singe ich, ja, warum nicht? Weil ich hier keine Pink Slimes habe. Wie soll ich hier an Pink Slimes kommen? Dann singe ich auch kein Lied für dich von 99. Warum singst du dann trotzdem? Lügner. Weil ich singen mag. Nein. Nein, du magst das jetzt nicht mehr. Hallo, ich bin Jochen. Hallo Jochen, wie geht's dir? Ich hasse Jochen. Die Catrins hassen Jochen, haben sie mir heute gesagt. Sind halt ehrlich. Ich hasse Jochen auch. Die finden die Stimme furchtbar. Ich verstehe das alles nicht. Ja, jeder findet Jochen furchtbar. Interessanterweise, über Katze hat sich da noch keiner beschwert gefahren. Warum nur? Ja, das verstehe ich nicht. Seltsam. Hallo, ich bin die selbste miete Katze der Welt. Mau, 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 mau. So kannst du nicht mit mir umgehen. Ich bin feine Katze. Ich bin feine Katze. Ich kling gar nicht so beim Reden. Ich kling gar nicht so beim Reden. Warum äffst du mich nach? Hast du selber keine tollen Gedanken? Warum äffst du mich nach? Ich bin eine dumme Katze. Fies. Jetzt kann er mich nicht nachgeöfft haben. Muss jemand anderen meinen? Ich hab Miri gemeint. Das ist nicht nett. Hallo, ich bin Jochen. Hallo Jochen. Hallo, komische Mietekatte. Au. Bitte meine Freundin sein. Nein. Weil Louis, wo bist du denn gerade? Komm mir nicht zu nahe. Denk mal, ich habe noch Arrow of Doom. Nein, nein, nein. Das ist nicht nett. Ah, ich hab dich gefunden. Hallo. Und ich hab Pink Slime. Herzlichen Glückwunsch, glaube ich. Wo hast du den denn her geklaut? Den Slime haben wir ja zum Glück noch jeder Bobfarr. Bisschen was. Machen wir nur, dass ein Pink Slime spawnt. Damit ich ihn dann töten kann. You're nice. Und ich glaube, ich gucke mir mal Katze seine Base an, wenn ich schon mal hier bin. Ich hab ja noch nicht so viel gebaut, ne? Ja, das ist ja egal. Ich würde mich trotzdem gerne sehen. Ja, ja. Musst du mal irgendwas machen, nachdem man Pink Slime gesetzt hat? Nö, ne? Das kommt dann irgendwann automatisch da raus. Genau. Also der kommt dann da raus und dann musst du den umbringen. Fies. Ich werde dir einfach mal ein großer rauskommen. Das wäre praktisch. Oh. So, jetzt muss ich leider wieder auf Nacht warten. Ärgerlich. Kannst du nicht. Es gibt, glaube ich, irgendeine Möglichkeit, den Tag skippen. Mit irgendeiner, äh, irgendeiner Maschine oder so. Oder ein Zauber oder irgendwie sowas. So, Nacht skippen. Tag. Denke mal, mit einem, mit einem Ritual. Würde das gehen. Aber Magic ist nicht drauf. Damit geht es auf... Damit? Ich weiß nicht. Doch, damit geht es. Genau. Also, so gern ich das gerade irgendwie wollte, dass der Tag geskippt wird oder die Nacht geskippt wird. Ich meine, es ist schon wieder Sonnenuntergang, oder? Oh, es ist genau Mittag. Ja, passt. Such überall die Sonne, guckst du straight nach oben, oder? Okay. Wie lange dauert das denn? Ewigkeiten. Aber es gibt später die Möglichkeit, äh, Solarenergie so zu safen, dass es funktionieren kann. Nein, ich meine, mit Pink Slime. Wie lange dauert das denn? War der nicht sonst immer Instant da? Nein, der braucht ein bisschen. War zu lange. So, was wir in der Zeit machen können, ist zu der Query fliegen und dann mal ganz kurz gucken, ob der Marvel gesammelt hat. Los, Pinky Slimey Boy. Mach mal hinne hier. Pinky Slimey Boy, Alter. Erlis, Stripper-Name. Ja. Was? Nein. Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Ich denke schon. Komm schon. Was soll das denn sagen? Wenn ich ihm gut zurede, meinst du, er kommt da schneller? Nein. Ah, Miek, 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 Miek. Glaube ich nicht. Da gucken wir so langen Quests nach. Gut, gut, gut. Pythogenik Isolator, den habe ich noch nicht gebaut. Aber hier, die haben wir noch alle gehabt. Kein Handel, Flugiduck. Oh, toll. Ähm, was ist das da? Flux-Infused Helm und Co. Ist das gut? Flux-Infused Zeug ist einigermaßen gut. Ich habe ja einen Flux-Infused Bogen. Ah, okay. Flux-Infused Laser haben wir nicht. In Ranchet-On habe ich nur eins gebaut. Da war ich noch nicht alle. Miri muss Dings machen. Miri, du musst den Animal Sewer und den Sewer Composter bei dir einsetzen. Ah, da ist Pink Slimey. Hallo. Da musst du sterben. Oh, aber gerade immer ist es der gekommen. Oh, süß. Alter, der hat schon 80 Millionen Herzen. Na, wie gesagt, süß. Süß. Oh, wow. Ein Pink Slimey. Ja, wo war in dem Chat denn Katz? Mir fehlen einfach immer noch Sachen auf dem Feld. Ein paar Pflanzen fehlen noch. So zwei, drei. Und die sind voll wichtig ständig. Warum holt ihr keinen Markt? Das weiß ich nicht. Oder haben wir nicht sogar schon einen Markt? Nein. Wo schon? Hallo? Hallo? Wo fliegst du hin? Katze. Ich gucke, was er macht. Hallo, Blauli. Ach, du hast erst den Stufe 1 Altar. Ah, den Stufe 1 Altar. Was? Er ist okay, Stufe 2. Stufe 3. Okay. Stufe 3 Altar. Schick. Ein Baumgemüse, ey. Entschuldigung. Was passiert, wenn ich jetzt hier ein Item rausnehme? Dann ist das Rezept, das ich jetzt machen möchte, nicht da. Ah. Bin nicht unschön so. Warum ist da unten der Altar kaputt? Wegen Plattmund. Oh. Na ja, ist es schon mal. Warum hast du hier die Marble Liquid hier unten? Den Lightwell? Weil da die Plattform hier noch nicht existiert hatte. Ah, na gut. Ist schön hier. Gefällt mir. Ganz hübsch. Ja. Ich gehe dann wieder nach Hause. Miri, was? Tschüss, Miri. Tschau. Ich denke, es ist eher eine gute Gelegenheit, Miri. Du kannst jetzt die Folge abmoderieren. Aber es war gar nicht meine Folge. Ja, es war eigentlich meine Folge. Aber meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, wir gehen voran. Der Altar ist auch fertig. Der neue Altar ist auch schön aufgebaut. Wir haben das Ganze ein bisschen verschönert. Miri hat uns Glowstone gefreut. Schaut gerne mal bei Miri und bei Blauli vorbei. Die sind regelmäßig dabei, nicht nur Glowstone, sondern auch gute Videos zu bringen. Wir sehen uns später zum nächsten Mal wieder. Dankeschön. Lass gerne eine Bewertung da auch. Master auf die Übergänge. Machst du es gut. Ciao. Bleibt befreudig. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.